Hallo meine Freunde und herzlich Willkommen. Ich darf mich vorstellen, ich bin Turbidinhos und wir werden heute, also ihr und ich, einen romantischen Abend einleiten. Einen Rit der Gefühle, eine Explosion der Leidenschaft. Und zwar mit den Patch Notes Szenepunkte 11. Macht euch bereit. Okay, die Patch Notes, meine Freunde. Ja, die Patch Notes auf dem einzig waren Patch Notes Kanal. Ja, ich hoffe es geht euch gut und ich hoffe, ihr seid bereit. Vollibear kommt drauf. Viele sind hyped, viele denken so, wow, Vollibear. Und einige denken so, wow, Vollibear. Und andere denken so, wow, Vollibear. Ich denke eher so, wow, Vollibear. Also ja, ich habe ihn gespielt auf dem PB. Ich weiß nicht, wie, ob er noch viel gebufft wurde, gechallenged wurde. Das kann natürlich sein, aber ich fand den Champ nicht cool. Klar, er wird stark sein. Ihr werdet von ihm auf die Fresse kriegen, weil das ist sein Design. Aber irgendwie fand ich, es war nicht cool. Es gibt so Champions, wo ich sage, wow, das ist cool. Oder Toffifee, da denke ich mir auch, wow, die sind cool. Oder Boston Pizza, wow, die ist cool. Aber bei Vollibear ist es so, wow, naja, also cool. Gut, Vollibear haben wir also einen Deal. Dann kommt Viertelzix. Viertelzix wird gebufft. Und zwar kann er die Zeit, bis er sich so hinstellt und sein Kreuz da macht, ist jetzt zwei Sekunden. Das ist erhöht worden. Das ist deswegen, weil, und das ist eine sehr, sehr gute Fähigkeit, dass er jetzt, normalerweise ist es ja so, dass Viertelzix mit seinen Fähigkeiten nur vieren kann, wenn er in einem Busch ist. Ja, wenn er aus seinem Busch eine E macht und nicht gesehen wird, dann viert er Gegner. Und das wurde jetzt so geändert, dass er, falls er sich so quasi zu so einem Kreuz hinstellt und dann einen Vier mit der E zum Beispiel macht, pardon, dann viert er die Gegner. Also, oder die E macht, dann werden die Gegner gefiert und das ist ziemlich cool. Das ist natürlich nur was für erfahrene Veteranen, weil ich habe noch nicht wirklich viele Viertelzix-Spieler damit spielen sehen, aber könnte cool sein. Sein Minion-Damage wurde allerdings erhöht auch, ja. Sein Minion-Damage wurde mit der W erhöht, das heißt, ja, er kann besser auf der Lane fungieren. Ja, Gangplank. Gangplank kriegt ein bisschen mehr Attack-Speed, vor allem Base-Attack-Speed müssen wir hier drüber reden. Das heißt, er kann Barrel-Kombos besser auslösen, wenn er schneller angreift, zum einen das. Und zum anderen sind Attack-Speed-Items jetzt besser, weil, ich denke mal, das wissen viele gar nicht und deswegen hier ein kleiner Coaching-Kurs. Die Base-Attack-Speed auf Items, da stehen ja 12% und da denken immer Leute, ja, wie, 12%? Also, ich denke wahrscheinlich, keine von euch, aber was sind denn das für 12%? Prozent habe ich damals in Mathe gelernt, man muss es auf irgendwas draufrechnen. Man kann nicht einfach sagen, yo, ich nehme 12% und greife jetzt 12% schnell an. Ja, und das sind nämlich 12% auf diesen Wert. Und wenn dieser Wert hier höher ist, dann sind 12% mehr als 12%. Das heißt, wenn Peter einen Dolch kauft, und Otto kauft auch einen, heißt das nicht, dass beide gleich schnell angreifen. Kann sein, dass Otto, wenn der mehr Base-Attack-Speed hat, schnell angreift. Und dann denkt sich so, Peter, ja, hä, was ist denn hier los? Das heißt, Attack-Speed-Items könnten jetzt cooler sein. Ja, Graves. Graves, ich meine, ich meine, ich meine. Graves ist ein absoluter Smurf-Champ, ein Booster-Champ, und er ist komplett retarded. Und er hat letztens einen Buff bekommen, wo sein, ich glaube, genau das ist nämlich gebufft worden. Von 08 auf 1, wenn ich mich nicht komplett täusche. Und das war einfach komplett broken. Sind wir kurz ehrlich, es war Kiga-Broken. Und jetzt wird es wieder reduziert auf 08. Graves ist immer noch stark, tut aber mega weh. Tut mega weh. Hekarin. Hekarin kriegt mehr Damage durch seine Q. Das ist ziemlich cool, weil das natürlich sein Wave-Clear ist, beziehungsweise sein Jungle-Clear wird allerdings gleichzeitig der Minion-Damage reduziert, beziehungsweise die Minion-Damage-Reduction wird erhöht. Das heißt, dass er nicht mehr so Schaden macht, damit er jetzt nicht, damit man ihn nicht auf der Top-Lane abust oder so. Er soll halt im Pferd bleiben. Ist halt ein Pferd. Ich meine, wenn Pferde durch die Stadt laufen würden, wo kommen wir dann dahin? Wo würden wir zusammen hinkommen? Also, naja. Janna. Janna ist nervig. Und Janna macht ziemlich viel Schaden, wenn sie wehrt. Also das Ding und Komet oder C4, beziehungsweise Benefit. Deswegen wird dieser Damage ebenfalls reduziert um 20. Tut weh? Tut weh. Kaiser. Kaiser baut kein Ziel. Und deswegen sagt man, du kaufst kein Ziel. Deswegen machen wir dich jetzt stärker. Das heißt, ihre Damage... Aber Kaiser ist sowieso ein schwieriges Kind, muss man sagen. Weil, ähm, sie ist ein Einzelkind und damals, ja, also die Mütter und Eltern haben sich getrennt und die eine ist nach Demacia gegangen und hat dann reichen... Nee, das ist alles Quatsch, das ich erzähle. Okay. Auf jeden Fall hat sie jetzt mehr Bonus Detect Damage und ihr Killerinstinkt hat mehr Range. Das ist ziemlich cool. 500 mehr Range ist auf jeden Fall. Da kann man was mitmachen. Lux. Leute, lasst uns über Lux reden. Lux ist das... Lux ist einfach die Kuh von... Die Geld-Kuh von Riot. Deswegen wird Lux immer ganz oben priorisiert. Lux bringt das meiste Geld für Riot. Das ist ein Fakt. Ich hab's da keine Zahlen, aber das ist ein Fakt. Es ist einfach ein Fakt. Und deswegen wird sich immer ganz penibel um Lux gekümmert. Lux, ganz ehrlich, ihre Animationen sind alle die Ultimate. Auch wenn da links und rechts so Streifen drumherum ist, die kannst du bis heute nicht erkennen, wo dich das Ding trifft oder wo nicht. Und auch... Es wird immer gesagt, Lux ist schwach, aber das Ding one-shotte... Sie ist ein Magier. Und ich werde so oft von der Lux gewone-shotte, die 1-0 steht. Und dann frage ich mich, warum spiele ich überhaupt Assassinen, wenn man mit Lux auch one-shotten kann. Warum? Außerdem, wieso darf Lux one-shotten, wenn sie 1 Spell hat, der 0 Damage macht? Wenn Sünderer das macht, okay. Sie macht das A auf einer Person. Die ballert ihr halt 20 Schneeball ins Gesicht. Und B hat sie 4 Spells, die Damage machen. Sie hat nur 3. Aber gut. Worum es geht, ist, wenn ihr gesloutet werdet, durch die E bzw. die E detoniert wird, werdet ihr danach 1 Sekunde gesloutet. 0,25. Das ist ein gigamäßiger Waff. Also, wenn ich den raten dürfte, gigamäßig. Sünderer, ja, hatten wir sie. Sie ist zu stark, ist aktuell sehr strong. Hat 2 Sekunden mehr auf der E jeweils, auch im Late Game. Tut sehr weh, weil das ihr absolut wichtigster Spell ist. Wenn sie ihre E nicht ready hat, ist sie krass punishbar. Ist aber umso besser, weil so kann man um ihre Cooldowns rumspielen. Wenn sie mal ihre E benutzt, Leute, wisst ihr, hey, haut ihr auf die Fresse. Sie kann nichts machen. Talon. Talon wird genervt. Der Nerf gefällt mir natürlich absolut nicht. In zweierlei. Einerlei, ich bin Talon main. Das gefällt mir nie. Zum anderen, ja, ich weiß noch nicht, was man hier macht. Also, im High-Ilo ist Talon anscheinend sehr stark. Meine letzten Talon-Games waren alle sehr horrible. Ich spiele ihn aktuell nicht. Deswegen trifft es mich nicht so sehr. Ich finde trotzdem den Nerf dumm, weil man sagt, hey, wir machen mehr Mana-Kosten und reduzieren den hier. Ich meine, hätte man nicht, also, versuchen können, ein bisschen eins von beiden zu machen, weil jetzt hast du weniger Mana und kriegst weniger. Also, du hast weniger Mana zur Verfügung und kriegst weniger HP dazu. Ich meine, hallo? 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 Ja. Max-Man. Max-Man's weinen ja ständig, deswegen werden alle gewafft. Alle kriegen jetzt mehr 30 mehr HP und zwei mehr HP pro Level. Das heißt, Max-Man's werden generell viel HP haben. Allerdings werden einige Max-Man's anders bundelt, weil das Solo-Laner sind. Und dann sagt sich, right, okay, diese Champions werden auf Solo-Lanes gespielt, deswegen müssen wir sie anders bundeln. Und ich denke mir, wie wäre es, wenn ihr sie so behandelt, als, ich meine, gibt es irgendjemanden, der gerne gegen einen Lucian oder eine Vayne Top-Lane spielt? Irgendjemanden? Dann jetzt die Hand heben. Die linke, weiße Hand. Also, ich spiele da nicht gerne gegen. Ja, auf jeden Fall macht sein Light-Slinger jetzt 100% Crit-Damage. Naja, das bringt nur was, wenn du Crit hast. Das Ding macht ein bisschen mehr im Early-Game. 4%, das ist nett. Kostet auch so kein Mana mehr, wenn ihr so einen Geist losschickt. Vayne macht jetzt mehr Tumble-Scaling und Tristan hat mehr Tech-Speed, was natürlich auch sehr gut ist, um Bomben zu proppen. Seal-Items geben jetzt 2% mehr Movement-Speed. Cassio, das Interessante hier ist, wenn ihr vergiftet seid, dann habt ihr jetzt so ein Zeichen von wegen, hey, ich kriege gleich turbo viel Damage steht über eurem Kopf in Kurzfassung. Ansonsten werden noch Aram gechanged und Earth, Leute, Earth. Also in Earth traten die Leute mehr als in Normal-Games und in Rank-Games. Was ist da los? So, Teamfight-Tactics. Achso, es gibt noch andere Skins. Es gibt noch hier Astronaut Poppy, Gnar und Bart. Teamfight-Tactics. Gehen wir auch kurz durch, weil ich es in der Zeit wieder viel spiele. Geht auch ganz fix. Und zwar, Krono wird gebufft und zwar ist die Zeit jetzt, wann Krono ausgelöst wird, erhöht. Allerdings nur, wenn ihr mehr als 2 Kronos habt. Infiltrators springen jetzt sofort los. Da bin ich nicht so in der Materie drin. Also vorher haben sie kurz gewartet, bis sie springen. Für mich ist das, glaube ich, ein Nerf, oder? Also man kann es definieren, wie man will. Wenn sie sofort springen, können sie natürlich früher anfangen, Damage zu machen, aber sie werden auch früher gefokust. Beziehungsweise die Einheiten moven vielleicht nicht so weit nach hinten, so würde ich sagen. Ja, Caitlin wird etwas generft auf der Maximalstufe, das heißt, sie macht nicht ganz so viel Schaden. Graves Granate ist generft worden. Kha'Zix Damage wird reduziert, die Flagge ist, Macht gibt weniger Attack Speed. Xayah braucht nun mehr Mana, ist also schlechter, deutlich schlechter würde ich sogar sagen, man braucht locker 2 Attacks mehr jetzt. Blitzcranks Rocket Damage ist weniger. Relentless Pursuit wurde reduziert, auch Masai wurde gebufft allerdings, den spiele ich aber kaum, aber vielleicht ist das ja worth. Shugart hat jetzt mehr Starting Mana, das ist ziemlich cool, das heißt, man kann hier deutlich schneller ulten. Und Kayle braucht mehr Total Mana, das heißt, auch hier ist es jetzt ein Nerf, weil sie natürlich ein Autotech Minimum mehr machen muss. Last Visitor macht nur noch 75% Armor Reduction und das war's, meine Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es war eine Ramontische Abend zu zweit. Wir können ja nochmal ganz kurz gucken, ob bei den Earth Changes irgendwas dabei ist. Ich glaube aber nicht. Oh lol, die, hey lol, das ist doch kein Astronauten. Na, achso, hä, der wird zu einem anderen Monster, das ist ja verrückt. Ähm, aber sonst generell würde ich sagen, weiß das. Ja, hier ist nichts dabei. Und ja, wir machen, wir strecken das Video auf ehrenvolle 9 Minuten 45. Machen wir auf 50 draus. Wir können ja noch kurz über das Reden. Ich träume ziemlich viel, ich esse Gemüse, ich hatte heute Nudeln, ich hab hier noch ein hohes Zäh. Und damit wünsche ich euch einen wonderful, beautiful Abend. Auf Wiedersehen und tschüss. Bis zum nächsten Mal.